So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Welcome to the leaderboard. Ach, give up trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. One under for the tournament. Always like to see your name moving up the leaderboard. Never a bad thing. Richie, Richie is auch bei. Always positive coming of a birdie. Let's see what happens here. Ah, direkt. So, aber mehr Kraft habe ich nicht mit meinem... Lass noch mal gucken. Wenn ich nicht so viel Kraft habe, muss ich wenigstens im Dings aufkommen. Und nicht so verweisen, ey! Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Ah. Ich bin einfach nur auf dem letzten Tor. Ja, so müssen sie zeigen. Mit Schläge. Die Personen sind aber interessiert. Nein, doch gar nicht. Die Schläge sind interessant. Ja, ich bin einfach nur auf dem Platz. Achso, ich kann gar nicht. Das sah nicht gut für lange Zeit. Achso, ich bin einfach nur auf dem Platz. Ich bin einfach nur auf dem Platz. Und wie man den Dings kann nicht zu essen sein? Ja, ich bin einfach nur auf dem Platz. Ich bin einfach nur auf dem Gefangenen. Das habe ich nicht mehr gemacht. Ah, Lexi ist auch da, Lexi. Ja, das funktioniert, das ist gut. Time for the 2nd shot, hier at the 4. Der zeigt mir doch erst was anderes an, als... Oh, Golf-Clap, das ist schön. Get ready to play their 3rd, he's 2 shots back. How close was that to kill you? Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Ah, ah, ah. And that will take him to one under. And this effort by Justin Thomas, he's currently in 3rd place. This is their 5th shot. Putsch, der zieht wieder ab. Der zieht wieder ab. Ja, Minus 1 hat er jetzt auch nur noch. Er hat er doch viel mehr. Ich weiß nicht, was sie hier produzieren können. Oh. Das sieht aus, dass wir nach dem Weg gehen. Wenn der Verkreuz räuscht über die Brücke. Okay. Hauptsache nicht ins Wasser. Sitting at one end of the car. Currently tied for 5th place. Well, that certainly makes putting a lot easier when you can hit a shot like that. Made birdie on the last. Looking for a second in a row here. Come on, let's make this putt. It's for a share of 4th on the leaderboard. Huh. Yep. Tracking nicely. The putt drops, and that's back-to-back birdie. It's good. Two in a row there, Luke. Get their groove on. Lexi Thompson currently on top of things as it stands. Aber drüber gerollt wäre über solche Brücke auch nicht, ne? And now tying off on this powerful hole. Coming off a perfect the last, looking to add another one. Neues Loch. Neues Loch. Neues Loch. Neues Loch. One from about 170 yards out. Two strokes off the lead. das heißt also ich komme wieder nicht ich komme nicht mehr über den Rand da also ist scheißegal und choosing the 8i hier so weiter werden wir sowieso nicht kommen das wäre so schön das wäre so schön gewesen wir können das auch und nachdem das das ist wie das das ist wie das und einer der besten Amerikaner Lexi Thompson leitendlich dieser Tournament Lexi wir sehen uns was passiert hier auf der 7i auf der Tee jetzt kommt ein paar die Chance der Pipe geht direkt auf Warte mal, da war doch vorhin ein bisschen ein Bunker, ne, da. Ey, roll, 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 roll. Gut, reicht. Boah, 23 Meter. Müssen wir einfach noch ein bisschen Kraft kriegen. So. Eins. Scheiß Rechenerei. Oh, wow, wow. Wow, datter. Das sah ja auch cool aus. Das sah ja auch. Das sah ja auch. Das sah ja auch sehr gut aus. Da konnten wir nichts falsch machen, da muss er viel Platz zum Auslaufen. da wird es eng da wird es wieder eng halt weg sowohl sind der genaue punkt wo wir aufkommen da siehst du nix scheiß wahnsinn so irritierend die kacke das ist ein kleines ein kleines auf dem Weg zu kommen ein kleines schwarzer auf dem da 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 okay so that's step one but now we're gonna hold a mid-range putt big putt for pie coming up yep tracking well yeah good putt we'll hold hmm hmm okay currently a couple under for the round oh da ja doch schon ting off here at the ninth hole hmm ahem Oh Well, I'd like to look at the line here you should find the fairway Hey, right What This is the second shot here on the ninth hole The bunker magnet was here on the ninth hole So, 2.14, ne? Aber ich kann jetzt nicht nach oben drauf gucken, wo das, wo das genau wäre So, ich bin nicht im Bunker Bin ich sowieso nicht Sowieso nicht bis dahin kommen. Aha. Ja, ich weiß nicht, wie ich es. 4 das macht er hier noch trinken macht er doch auch macht ja auch von da aus das kuhle